moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video geht es um eine neue gebietsherrschaft herausforderung in der ihr zwerge bei campcode oder der fangkuchen fessung zerstören müsst ich werde euch zeigen wo ihr diese zwerge findet leute damit ihr das alles in einem durchgang erledigen könnt doch vorher wollte ich euch noch einmal darauf aufmerksam machen dass ich neben youtube auch noch fast täglich stream auf twitch also falls ihr dort auch dabei sein wollt könnt ihr gerne über den link in meiner video beschreibung ein kostenloses follow da lassen so jetzt kommen wir zu den zwergen ich fange an mit den zwergen bei campcode danach zeige ich euch die fangkuchen festung ja leute schaut euch das video an ich verabschiede mich jetzt schon mal bei euch falls euch das video gefällt dann schreibt es mir in die kommentare haut den daumen nach oben und falls ihr noch kein abonnent seid leute könnt ihr dann auf ehrein abo da lassen ciao bis zum nächsten mal abonnenten abonnenten Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.